Heute stelle ich mal in Affinity Designer die wichtigsten Shortcuts vor und dazu zeige ich Shortcuts von Level 1 bis Level 3. Dann starten wir bei Level 1. Zuerst mit dem Zoomen. Zoomen könnt ihr mit SDRG, Shift und dem Mausrad, also ihr haltet SDRG und Shift gedrückt und könnt dann mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Die Maus spiegelt dabei immer den Mittelpunkt des Zooms wieder, sprich wenn ich mit der Maus jetzt hier zu diesem blauen Kreis gehe, dann zoomen wir in diesen blauen Kreis rein und wieder raus und wenn ich jetzt auf diesen orangenen Kreis hier unten gehe, dann zoome ich auf diesen Kreis. Dann der zweite Shortcut kopieren ganz einfach SDRG C um den Kreis zu kopieren und SDRG V um den Kreis einzufügen. Dann Vektorpinsel könnt ihr mit dem Shortcut P auswählen und dann hier eine Kurve zeichnen und mit dem Shortcut V könnt ihr dann wieder auf das Auswahlwerkzeug wechseln, dann ein Dokument speichern könnt ihr unter SDRG plus C und ein Dokument speichern unter könnt ihr unter SDRG, Shift und C. Dann könnt ihr euer Dokument speichern, dann eine Aktion beenden könnt ihr mit Escape, also wenn ich jetzt hier eine Kurve male, kann ich jetzt Escape klicken zweimal und dann habe ich die Kurve beendet. Jetzt kommen wir zu Level 2, hier starten wir mit der Gruppierung, dazu wähle ich beide Kreise aus und jetzt kann ich mit SDRG plus G beide Kreise gruppieren oder SDRG, Shift und G klicken um die Gruppierung wieder aufzuheben. Duplizieren können wir mit SDRG plus G. Der Vorteil gegenüber dem normalen Kopieren ist, dass wir jetzt ein Objekt in gleichem Abstand zueinander kopieren können. Ich klicke jetzt SDRG plus J, um das Objekt zu kopieren, schiebe es nach rechts und wenn ich jetzt nochmal SDRG plus J klicke, dann wird ein neues Objekt in selbem Abstand kopiert und so könnt ihr dann ganz einfach Objekte im gleichen Abstand duplizieren. Dann hier der Farbverlauf mit G, könnt ihr einen einfachen Farbverlauf erstellen. Hier bei Typ könnt ihr auch noch die Art des Farbverlaufs ändern. Dann Transparenzverlauf mit Y, da könnt ihr dann die Transparenz des Objektes erstellen und hier bei Text richtig kopieren. Auch ein sehr wichtiger Shortcut. Wenn ich jetzt diese Schriftart kopieren will, dann muss ich SDRG C klicken, um die Schrift zu kopieren und dann SDRG Shift und V, um dieselbe Schriftart dann einzufügen. Dann die Pipette. Wenn ich jetzt diesen blauen Kreis umfärben will, auf Orange markiere ich den Kreis, klicke I für Pipette und klicke auf den rechten Kreis und dann haben wir die Farbe übertragen. Und jetzt hier abrunden von den Ecken, da einfach das Viereck markieren, C klicken, alle Ecken markieren und dann könnt ihr einen Radius erstellen. Und um ein Dokument zu exportieren, SDRG Shift plus Alt plus S. Und dann kommt ihr auf dieses Feld und jetzt kommen wir zu Level 3. Um eine Ebene zu sperren, könnt ihr SDRG plus L klicken. Dann sehen wir, ist die Ebene gesperrt. Wenn ich die Ebene wieder entsperren will, dann muss ich auf meine Ebene gehen, meine Ebene auswählen und dann SDRG plus Shift plus L klicken und dann ist die Ebene wieder entsperrt. Bei Transparenz, wenn ich hier auf 4 klicke, dann ist die Form nur noch 40% Transparenz. Bei 5, 50%. Bei 10, 10%. Bei 100, 100%. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Schatten und die Farbe des Kreises kopieren will, wähle ich den Kreis aus, SDRG plus C, um die Attribute zu kopieren und dann hier beim orangenen Kreis SDRG, Shift und V, um den Stil zu kopieren. Dann bei Kontur gibt es zwei Shortcuts. Mit dem Shortcut Shift plus X kann man die Farbe zwischen der Kontur und der Füllung austauschen und mit dem Shortcut X kann man die Auswahl der Füllung und Kontur ändern. Also wenn ihr jetzt hier oben rechts seht und ich jetzt X klicke, dann sehen wir, ist jetzt die Kontur ausgewählt. Jetzt klicke ich erneut X und jetzt ist die Füllung ausgewählt. Ich wähle wieder die Kontur aus mit X und wenn ich jetzt mit der Pipette die orange Farbe markiere, da sehen wir, dass wir jetzt die Kontur ausgewählt und umgefärbt haben. Dann hier, wenn ihr ein Objekt in eine Kurve umwandeln wollt, einfach SDRG plus Enter und dann könnt ihr die Kurve nachträglich bearbeiten. Und als letzten Shortcut könnt ihr viele Objekte markieren und wenn ihr jetzt diesen grauen Kreis deselektieren wollt, haltet ihr die Shift-Taste gedrückt und klickt dann mit der Maus auf den Kreis und jetzt habt ihr nur noch diese drei Kreise markiert. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss!